Filippo Colombo, Sieg in Albstadt. Zweiter Platz hier in Novemesto. Wie zufrieden sind Sie mit dem Saisonstart? Ja, natürlich. Sie ist besser als so. Ich konnte nicht starten, weil ja, in Albstadt habe ich gewonnen. Ich war sehr, sehr kurz vor dem Ziel, noch Zweiter. Aber ich glaube, heute konnte ich auch vielleicht gewinnen. Wir sind fast im Sprint am Ziel gekommen. Und ja, aber Vlad, der Erste, war sehr, sehr stark. Wir haben eine richtige Fight gemacht, die ganze Rennen, ich und er. Und ja, war geil.